Intro Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von Wimminers007. Wir bekommen von euch immer wieder sehr sehr viele Kommentare zu unseren Feed for Beast Server erstellungsvideos mit den verschiedensten Arten von Fehlern. Oft werden Crash Reports in der Konsole von dem im Pack enthaltenen Mod Inventory Tweaks verursacht. Um nun also den Crash Report zu beheben, geht ihr einfach in den Mods Ordner, der im Serververzeichnis zu finden ist. Dort sucht ihr dann nach der Datei inf-tweaks.zip und könnt diese dann einfach während der Server geschlossen ist löschen. Somit sollte nun euer Feed for Beast Server perfekt starten. Ist dies nicht der Fall, könnt ihr euch vielleicht unser Feed for Beast Start Butterfix Tutorial weiterhelfen. Wir bedanken uns in jedem Fall fürs Zuschauen und hoffen, dass wir euch helfen konnten. Bis zum nächsten Video von Wimminers007. Wimminers007. Wimminers001. Wimminers007. Wimminers007. Untertitelung des ZDF, 2020